Die Ergebnisse unserer Forschung werden dazu führen, dass technische Systeme zu kompetenten Helfern werden. Ein Beispiel dafür ist vielleicht der Fahrkartenautomat. Jeder hat schon mal beobachtet im öffentlichen Nahverkehr oder bei der Deutschen Bahn, dass die Automaten, die man dort bedienen muss, um an eine Fahrkarte zu kommen, häufig nicht sehr bedienungsfreundlich sind und umständlich zu handhaben. Und mit der Companion-Technologie kommt man dahin, dass diese Systeme wirklich punktgenau die Funktionalität anbieten, die der individuelle Nutzer, der vor Ihnen steht, gerade braucht. Das heißt, Sie wissen beispielsweise, der Nutzer ist in Eile, der Nutzer hat ein bestimmtes Ziel und Sie können ihm genau passend zu seinen Bedürfnissen, zur aktuellen Situation die Fahrkarte anbieten und die Verbindung zum Beispiel heraussuchen, die optimal geeignet ist für den gegenwärtigen Zeitpunkt und für das Ziel, was der Nutzer im Moment hat, ohne dass eben langwierige Abfragen und so weiter passieren müssen.